Mexikanische Volkstänzer haben einen neuen Weltrekord aufgestellt. 475 Tänzer und 300 Musiker tanzten und musizierten gemeinsam auf dem Platz der Freiheit in Guadalajara. Damit haben sich die Mariaki-genannten Volksmusiker im Guinness Buch der Rekorde verewigt, in der Kategorie die meisten Tänzer gleichzeitig auf einer Tanzfläche. Der Weltrekord fand im Rahmen des internationalen Mariaki-Treffens statt. Jedes Jahr finden sich die Anhänger der traditionellen mexikanischen Mariaki-Musik in Guadalajara zusammen. Die Millionenstadt hat nun ihren dritten Rekord im Guinness Buch. Guadalajara hat bereits das Restaurant mit der schnellsten Bedienung und hält den Rekord im Marathonredenhalten. Wie lange der Mariaki-Tanzrekord allerdings anhält, ist ungewiss, denn Guadalajara war die erste Stadt, die ihn überhaupt versucht hat.